Ein 29-jähriger Mann hat nach bisherigen Polizeierkenntnissen in New York einen gemieteten Kleinlaster in Fußgänger und Radfahrer gelenkt, und so acht Menschen getötet, und elf verletzt. Die Behörden bezeichnen ihn offiziell als Terrorist, und gehen zur Zeit davon aus, dass er allein handelte. Medienberichten zufolge heißt der 29-jährige Saifulo-Seite, und stammt aus Usbekistan. Der usbekische Staatschef Shafgat Mirziojev hat den USA Hilfe bei den Ermittlungen zugesagt. Während ein Familienfreund Seite als ruhig und hart arbeitend beschrieb, nannte ihn US-Präsident Donald Trump krank und gestört. Wer er war, und vor allem, was ihn zu der Tat trieb, ist überwiegend unbekannt, obwohl die US-Medien mehr und mehr Details aus seinem Leben veröffentlichen. Der mutmaßliche Attentäter hat in einer Notiz auf die Terrormiliz islamischer Staat verwiesen. Das sagte der Gouverneur des US-Staates, André F. Cuomo, in der Fernsehsendung CBS This Morning. Einzelheiten nannte er nicht, und verwies auf laufende Ermittlungen. Die Ermittler seien in Besitz des Dokumentes. Medienberichten zufolge wurde es im Inneren des Tatwagens gefunden. Es gibt widersprüchliche Berichte, ob die Notiz auf Englisch oder Arabisch verfasst wurde. Cuomo sagte außerdem dem Fernsehsender CNN, der aus Usbekistan stammende Mann sei mit dem IS verknüpft gewesen, und habe sich innerhalb der Vereinigten Staaten radikalisiert. Ob Verknüpft sich nur auf die Notiz bezieht, oder ob Seite mit IS-Mitglieder kommuniziert hat, ist noch unklar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017